Ich habe überhaupt keine Ahnung, was in Star Wars Episode 8 The Last Jedi passiert, aber ich weiß schon, welches T-Shirt ich anziehe, wenn ich reingehe. Nämlich das hier! Und das könnt ihr auch! Und zwar, indem ihr es kauft oder beim Adventskalender gewinnt. Also klickt euch auf unsere Gewinnspielseite, stellt euch der fiesen Frage und mit ein bisschen Glück könnt ihr dieses T-Shirt gewinnen. Bis zum nächsten Mal.